mit rambazamba durch die gemawelt hallo und herzlich willkommen ich bin's wieder euer tom thompson hier bei let's play today und wir spielen weiter life is strange episode 3 chaos theorie akademie abends datum 26.11.2016 so ich weiß gar nicht wo mich stehen geblieben waren oder doch ich würde ich ihn ach so alles klar ja ich weiß es wieder ich weiß es nicht Du kannst nicht wiederhelfen, wenn wir getroffen werden, oder? Du hast verrückte Macht, Max. Sag das zu Kate. Komm schon, eine andere Tür und unser Arbeit hier ist fertig. Wir können hier auch nicht machen. So, okay, hier hängen ja die ganzen Schlüssel, das habe ich schon gesehen. So, okay. Okay. Boring. Boring. Ich habe es mir irgendwie gedacht, dass in dem vierten Schieber auch nichts drin ist. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY-Lockpick-Tools benutzen, während du einen besseren Plan hast. Mein Plan hat einen Namen. Hey Warren, bist du unterwegs? Just Bubblehearth, du bist okay. Listen, ich brauche deine Physik-Expertise-Stat. Without naming names, wenn jemand die Art und Science-Labs hatte, und wollte ein Gerät, das würde, sagen wir, eine dritte Tür öffnen, würde du vielleicht auch nicht wissen, wie? Nein, ich bin nur für Spaß. Danke, Science Guy. Nein, 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 nein. Bleib. Wir brauchen dich als Backup. Nur in den Text-Instruktionen, jetzt. Ja, ich bin immer noch all in, um zu gehen mit dir in der Drive-In. Danke für die Hoffnung. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Goddamn door. Ich versuche nicht alle zu Blackwellen. Sorry, Max. Ich habe nichts. Was für dein Plan? Ich werde es zusammenfassen. Kannst du hier bleiben und nicht getroffen werden? Ich könnte auf der anderen Seite der Tür, bevor du, Lupin. Die Runde ist auf. Bis bald. Ich habe schon gesehen. Wir brauchen Zucker und eine Plastikflasche, wenn ich das richtig gesehen habe. Warte mal. Ja. So, hier. Ähm. Die hat uns auch schon wieder geschrieben, ey. Äh. Äh. Zeigen sie. Äh. Ich muss dir was zeigen dürfen. Ich habe schon die Hufe und zwar sofort. Max. hier. Ähm. So. Achtung. 007. Du musst folgende vier Objekte finden. Zucker. Eine Dose. Limo. Klebeband. Natriumchlorat. So machst du das. Okay. Wir sprengen das Schloss auf. Natriumchlorat. Natriumchlorat. Fragen. Ein Puder zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Probier du das tatsächlich aus. Probieren ist das wichtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen. Okay. Könnt ihr euch merken, wenn ihr Schlösser knacken wollt. Ich will hier kein animieren dazu. Aber. Naja. Vielleicht braucht das ja mal. Keine Ahnung. Wenn ihr euch zuhause ausgesperrt habt. Aber dann müsst ihr halt das Schloss bezahlen, ne? So. Geh. Suche mal die Sachen. Also Zucker. Warren ist so ein klassischer Nerd. Lass uns sehen, ob ich diese Sachen finde. Also pass auf. Ähm. Genau. Hier. Kriegen wir schon mal ne Limo her, denk ich. Lass die Krackhäne. Neh mal mit. So. Zuckern. Zucker. Eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass wir Zucker äh. Toilette? Zucker im Dings finden. Im Lehrerzimmer. Weil die da immer Kaffee saufen. Weil die da immer Kaffee saufen. Wir können mal ein bisschen rennen. Aber wir müssen bestimmt die Spinde durchsuchen hier. Oder auch nicht. Schau. Schau. Ich liebe diesen Formulinsmüll. Schau. Schau. Nimm das Zucker. Nimm das Zucker. Den Zucker. Na hallo. Jetzt so. Schau. 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 In der halbe Wege nach Hause, Max. Ähm. Wir sind doch hier im Schmählabor so wie es aussieht. Müssten wir doch hier auch. Kann man davon ein Foto machen? I never said they were great Max takes shitty selfies damit zu mir gemeint Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture Good evening fish fish Thanks fish nice work So machen wir wieder aus dass sie schlafen können Ich denke mal wenn dann ist Dieses Zeugs weggeschlossen Ich weiß jetzt schon ja nicht mehr was es war chlokarbonat oder sowas irgendwas mit Ach keine ahnung auf jeden fall irgendein karbonat braucht man Ach so natrium chlorat ja okay ach guck mal hier Ich hatte ne kippe in der schnauze Ähm Guck mal wo sind mir rein gegangen War das hier? Ja Ist ok ich will nichts verpassen Hier jetzt nicht rein Was haben wir hier? Plakate Kates Schließfach Ja warte mal Geh nochmal ran Ach ja Kate war ja die die sich da vom Dach gestürzt hat Max, wenn du nicht Sodium Chlorate in dem Science Lab finden kannst Ja Es sollte jetzt wohl ein Hinweis Äh darauf sein dass wir auf jeden fall das Natrium Chlorat äh in dem Wissenschaftsräumen finden Oh Kate Even when you were sad you tried to see the good in the world Daniel Victoria That is pretty fucking sweet How can I hate somebody that shoots like that Jetzt habe ich auch so Sinn dass sie übersprungen Jetzt weiß ich nicht was sie dazu gesagt hat Zigaretten Äh was braucht mir denn noch? Klebeband Die Tape ist mine Nur ein weiteres Ingedient left So ok gehen wir nochmal in den Wissenschaftsraum Da sollten wir eigentlich das Natrium Chlorat herkriegen Dass wir uns unsere Bombe bauen können oder was auch immer Wahrscheinlich sollte man diese Items jetzt finden So hier Hier ist die Sodium Chlorate Box Ok wenn ich das da jetzt runter nehme Reißt sie 100%ig wieder alles mit runter Es ist einfach so Es ist einfach so Ja genau Hast du richtig erkannt Now it's time to show Chloe that Max is the bomb Äh da rein Äh da rein Das war so fucking cool Oh we are toast Here comes the whole Arcadia Bay fire and police department Ähm So what should we do Ähm Ähm Ich weiß nicht ob ich jetzt äh Zurückspulen soll Und Ach keine Ahnung Die will dass ich zurückspule Ähm Ähm Ach wie krass alter Ah wie krass alter Der Locks this room up Fancy foar Crap He must want everybody to know he has money But no taste How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office Ich bin glücklich, dass ich mich verabschiede bin. Ja, wenn nur der Prinzessin ein Monet oder Picasso hatte, dann wäre er noch ein Blackwoe. Fähig. Ich werde die Bücher auf den Büchern auf dieser Schraubbe. Okay, sicher. Es ist schraub, aber verdammt, ist es ein Cozy Chair. Das ist deine Chance, um wirklich alles deduktiv zu werden, Sherlock. Find uns ein paar Beispiele über Rachel, Kate, Nathan. Jemand. Ich bin auf dem Fall. Ich wollte gerade sagen, wir lassen das Licht aus, aber dahinten brennt eh schon Licht, also daher. Moment. So, noch da hast du dich in die Luft gesprengt, Max. Noch hier nicht in die Luft geflogen, noch nicht. Ich muss mich konzentrieren, melde mich später. Hast du das Schloss gesprengt, Bomber Max? Woher weiß ich denn das? Die hat doch gar nichts gesagt, glaube ich. Oh, bitte. Ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. So. 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 Das Programm wurde von Keybay7news gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war einmal willkommen, Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen von Schülern geleiteten Programm Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule Direktorwells als Krankenschwester der Akademie. Sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße an Marie Barangy Aktualisierung Dazu überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex-Clubs zeigt und ohne ihre Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Sie sehen angehängte Dokumente für Details. Alter, übelster Text. Ich hoffe, hier kommen nicht noch mehr so... Noch zwei Akten, so... Scheiß drauf, lass mal das Licht an. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Das kann ich nicht benutzen. Hier ist es dunkel. Ja, Gemälde. Hier liegt noch eine Akte. Ach, das ist diese Petition, die mir nicht unterschrieben haben. Liebe Mrs. Grant, als Direktor Blackwells ist es meine traurige und bedauerliche, in Klammern, Pflicht, sie zu informieren, dass ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, nur einige wenige Unterschriften fehlten. Unsere Richtlinie untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Fakultät und Schüler schaffte, dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Ich erkenne die kontroverse Natur dieser Kameras und möchte Ihnen versichern, dass sie mit der größten Rücksicht auf die Privatsphäre angebracht werden. Danke für Ihr Engagement und Ihre Inspiration für Blackwell-Schülern. Ihre Stimmen gehört zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition entmutigt Sie nicht. Wir sind stolz auf unsere Schüler. Herzlich, Direktor Wels. So. Das haben wir. Hier ist noch eine Akte. So. Nathan Prescotts Vater ist auch ein Bolli. Schocker. So. Direktor Wels. In Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Naysons Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt es tragische Ereignis bezüglich Missmarsch Ihnen zu denken, aber ich weise Sie daraufhin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackwell Academy widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke. So, wir haben noch 10 Minuten. Suche. Nichts. Aha. Aha. Dieses Arschloch hat eine weiße Weste. Schülerinformationen. Nathan Joshua Prescott. Durchschnitt 3,7. Das ist auch übelst schlecht eigentlich. Wird das da anders gerechnet? Ich weiß es nicht. Zusammenfassung. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachs. Obdach, Obdach. Obwohl, eigentlich wird es ja Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen. Das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy Fort Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. So. Haben wir alles? Das letzte Filme, Sherlock. Ich wollte immer, dass es zu nab. Ich habe doch alles gefunden, oder nicht? Achso. Ja. Schülerinformationen. Maxine Kornfield. Durchschnitt 2,8. Das ist doch schon viel besser auf jeden Fall. Max, wie sie es vorzieht genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultilsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells versucht Max erfolglos Mitschüler Kate Marsh vom Sprung in den Tod vom Dach des Wohnheims abzuhalten. Derzeit findet eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max Mut ist unbestritten. Dieser Akte ist so sauber, ich könnte kotzen, das ist dieser hässliche Alter. Okay, wir haben noch zwei. Kann das sein, dass die Durchschnitte hier irgendwie falsch rum sind? Dass das vielleicht eigentlich 2,9 oder 1,9 sein sollte? Ich weiß es nicht. Weil 3,9 ist, das ist nicht gut. Naja, egal. Zusammenfassung, Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Akademie mit durchgehenden hervorragenden Noten und außer... Sie hat doch... Sie muss doch dann eigentlich größtenteils nur 3 und 4 schreiben, wenn sie 3,9 ist. Was hat denn das mit guten Noten zu tun? Hervorragende Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihre Karriere wunsch als Fotografin weit widerspiegelt. Die Fakultät lobt. Ebenfalls wie Rektorias Engagement für den Vortex Club sowie für den anderen Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. Und hier... 4,0, das wird doch mal schlechter, Alter. Das ist ja... Das ist eine glatte 4. Ich verstehe das nicht, wie die das rechnen. Warum wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells? Er besitzt ein Redetalent, ein Redetalent, beziehungsweise ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigen ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Rowan konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf seine strahlende Zukunft hin. Haben wir noch eine Akte? Ne. So, war's das jetzt? Hallo? Ach, noch mehr, Alter. Ich... Ernsthaft? Rachel doesn't seem so troubled, based man. I don't blame the principle for expelling Chloe. Bad, Chloe. Ach, das ist Chloe, Alter. Durchschnitt 1,7. Tierfüge Nummer 0. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre fortzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung, Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Ich verstehe das nicht, das ist so komisch. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell-typische Qualifizierung für Stipendien. Ach so, Stipendien, ja. In Führungspositionen ihrer vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keine Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells, dies ist, äh, LT, heißt das Leutnant oder so? Ich wollte sie wissen lassen, dass die, ach, Lieutenant, genau, Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber vor von uns ihrer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewährt. Arcadia Bay, ein Geheimnis, wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr konnten wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all ihre Hilfe. Bla, bla, bla. Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. So, und dann haben wir hier noch, ähm, Chloe Elizabeth Bryce, Durchschnitt 1,7. Hä, ich hab keine Ahnung. Chloe Bryce ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursacht zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgaren Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegenden Einrichtung. Aktualisierung, Chloe Bryce ist nicht länger eine Schülerin Blackwells, siehe Polizeibericht im Anhang. So, wir haben noch kurz, ich quatsch jetzt noch mit der alten. Ja. Ich weiß, dass er etwas mit Rachel verletzt hat. David M. immer fragt, was passiert in meinem Kopf ist. David M. immer hilft, mich zu folgen, die er folgt. Das ist ziemlich kryptisch. Nein, es ist so, dass sie eine Art von ein bisschen wehrte Team haben, die Superhebröse. Jesus. David war stalking Kate, hassling mich, und jetzt wissen wir, dass er all über Rachel ist. Oh, wir sind so gut in seine Garage-Files. Plus, ich bin ein bisschen paranoid in hier. Wir haben unsere Info, wir gehen. Aber vielleicht sollten wir nicht ohne ein Geist gehen. Nein, du bist nicht in der Cozy-Chair. Max, do ihr powers include Mind-Reading? Oder hast du einfach Rewindt, weil ich versucht, die Chair zu spüren? Shit, ich bin confused. Es ist die powers der Best Freundschaft. Ich weiß, wie du rollst. Wir sollten definitiv aus hier rauskommen. Wir haben uns genug geholfen. Hallo, was haben wir hier? Ich weiß, was haben wir hier? Ähm, jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir das Geld jetzt mitnehmen, dann kriegen auf jeden Fall die Leute mit, dass wir in dem Büro waren oder jemand in dem Büro war. Und die andere Sache ist, wenn wir es liegen lassen, hat sie ein Problem, weil sie ihre Schulden trotzdem nicht bezahlen kann. Ähm. Ich würde aber sagen, dass wir da mir ja sowieso in der Scheiße stecken. Tief genug. Und ich ja auch in dem Trailer gesehen habe, dass wir hier in der Schule sowieso noch erwischt werden. Würde ich sagen, wir nehmen das Geld jetzt mit. Frank knows things about Rachel, and he might talk if he's been paid, right? You are, Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We'll stock up on tats, beer, weed, and donuts, and books from Powell, and strip clubs. Wir haben noch keinen Speicherpunkt. Okay. 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 That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway. We're rich, and nobody busted us. So? Splish Splash? You're right. We hella deserve it. Splish Splash. Habt ihr eigentlich nur gesagt, Hela? Ich denke, ich bin eine gute, schlechte Influencer auf dich.